Ja, grüß euch, einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der SAP Übungssysteme. Ich zeige euch heute in diesem kurzen Video, wie ihr die Lizenz in eurer NetWeaver UpUp Developer Edition bzw. in eurem NetWeaver Übungssystem erneuert. Jetzt muss ich zunächst mal eine Sache klarstellen. Und zwar, ihr braucht keine Panik schieben, wenn in der Transaktion S-License, also das hier ist die Transaktion S-License, die könnt ihr im Transaktionsfeld über Slash N S-License ganz einfach erreichen. Ihr braucht keine Panik haben, wenn die sogenannte Maintenance Lizenz abgelaufen ist. Ja, die könnt ihr in der Testversion so einfach gar nicht erneuern. Diese Maintenance Lizenz ist im Endeffekt für Wartungsarbeiten notwendig, also wenn ihr beispielsweise den NetWeaver Upgraden möchtet. Das ist bei so einem Übungssystem an sich erstmal gar nicht vorgesehen, denn auf dem Übungssystem sollt ihr einfach auf der Version bleiben, die ihr installiert habt und da ein bisschen rumspielen auf dem System. Was für uns wichtig ist, ist die zweite Lizenz hier, also die NetWeaver Lizenz an sich. Wenn diese Lizenz abgelaufen ist, dann könnt ihr auf die meisten Funktionen der NetWeaver Installation nicht mehr zugreifen. Ihr könnt dann zum Beispiel nicht mehr entwickeln. Das heißt, wenn dieser Eintrag hier rot ist, haben wir ein Problem und wir müssen die Schritte durchführen, die ich euch in diesem Video zeige. Diese Lizenz hier, die könnt ihr ignorieren mehr oder minder, da die ist nur interessant für echte SAP Kunden. Also wenn ihr ein echtes SAP System lizenziert habt, ein vollwertiges System, dann würdet ihr diese Lizenz hier erneuern. Für euch als Übende ist diese Lizenz mehr oder minder egal. Sobald diese Lizenz hier also rot bzw. gelb ist, müsst ihr tätig werden. So, ihr findet unten in der Videobeschreibung den Link zu diesem Formular hier, wo ihr im Endeffekt das System auswählt, NPL, auf Sybase ASE. Dann gebt ihr hier unten eure Daten ein und im letzten Feld den sogenannten Hardware Key. Den Hardware Key könnt ihr der Transaktion S-License entnehmen. Dort befindet sich der Hardware Key im obersten Feld. Ja, dann einfach im Browserfenster wieder hier einfügen. Hier noch die Lizenzbedingungen akzeptieren, die ihr euch natürlich aufmerksam durchlest. Und dann geht ihr hier rechts unten auf Generate. Der ist jetzt bei mir ausgegraut, weil ich das Ganze schon gemacht habe. Und daraufhin wird eine NPL.txt-Datei heruntergeladen. Wenn ihr diese Datei dann heruntergeladen habt, geht ihr zurück in euer SAP System. Geht in die Transaktion S-License wieder. Das könnt ihr wieder ganz einfach folgendermaßen machen. Und dort könnt ihr dann auf Bearbeiten, Lizenz installieren gehen, beziehungsweise auf der Tastatur einfach die Taste F6 drücken. Und dann werdet ihr dazu aufgefordert, die NPL.txt-Datei hochzuladen. Dann geht ihr hier auf Zulassen und dann sagt der SAP License Key successfully installed. Jetzt kann es sein und also ihr seht dann, dass es quasi erfolgreich war, wenn der gültig bis Zeitraum erweitert wird. Bei mir war die Lizenz vorher, also bevor ich das Video gestartet habe, bis Februar gültig. Jetzt habe ich die Lizenz eingespielt. Jetzt ist sie bis Mitte April gültig. So, jetzt kann es bei einigen von euch passieren, dass ihr einen Fehler bekommt, dass die Systemnummer falsch ist. Also grundsätzlich ist es am besten, wenn ihr die Lizenz erneuert mit der gleichen E-Mail-Adresse, mit der ihr die Lizenz bei der Erstinstallation beantragt habt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Lizenz gleich die richtige Lizenznummer hat, die richtige Systemnummer. Es kann aber passieren, beispielsweise wenn die SAP eine neue Version von dem NetWeaver Übungssystem rausbringt, von der Developer Edition, dass sich diese Systemnummer ändert. Da könnt ihr ein bisschen was machen und zwar könnt ihr einfach diese Lizenzdatei editieren. Wenn ihr diese npl.txt-Datei öffnet, dann ist ganz unten in der txt-Datei ist das Feld für die Systemnummer. Da könnt ihr dann einfach die Systemnummer, die für euch generiert wurde, mit dieser Systemnummer austauschen. Könnt die Datei nochmal abspeichern und könnt dann nochmal versuchen, die Datei neu hochzuladen. Einige von euch kriegen vielleicht einen Fehler, wenn sie versuchen, diesen Schlüssel zu generieren. Da steht dann irgend so ein Gedöns von wegen you don't have access und so weiter. Dann habt ihr wahrscheinlich die Lizenz nicht mehr mit der gleichen E-Mail-Adresse angefragt wie beim ersten Mal. Da ist es natürlich am besten, ihr kramt wieder dieselbe E-Mail-Adresse aus, die ihr damals benutzt habt. Ansonsten müsst ihr gucken, dass unter dieser E-Mail-Adresse ein S-User erstellt ist, mit dem ihr schon mal registriert habt, um diese NetWeaver Developer Edition runterzuladen. Das ist an diese E-Mail-Adresse geknüpft, die ihr hier eingebt und wenn die nicht passt, also wenn die nie vorher irgendwie dafür registriert wurde, dann bekommt ihr da so einen Fehler, you don't have access und dann irgend so ein technischer Name. Da dann einfach aufpassen. Okay und das war es dann auch für dieses Video. So erneuert ihr die Lizenz eurer NetWeaver AppApp Developer Edition. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Üben und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao. Macht's gut, ciao, ciao.